Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder, Jesse, und heute schauen wir uns ganz was Besonderes an, und zwar den Gruppenbild für den Hexen-Doktor aus Diablo 3. Die Skillung hält sich ja richtig hartnäckig, wird immer wieder mal mit, vielleicht mit einem anderen Set gespielt, aber im Endeffekt ist die Skillung dafür da, um in den Greater Welfs wirklich voranzukommen. Also wenn es richtig hart wird, dann wird der Hexen-Doktor eingeladen und der sorgt dann dafür, dass der Trash dahin schmilzt. Wie er das Ganze macht, das schauen wir uns jetzt mal hier ein bisschen im Detail an, welche Talente benötigen wir, welche Items und wie spielt sich das Ganze. Ihr seht schon mal, die Fledermäuse bzw. die Fledermauswolke, es ist das Kerntalent, damit machen wir den gesamten Schaden. Das heißt also, das wird auf Feuer gespielt, weil die Fledermauswolke natürlich ein Feuerskill ist, das heißt überall auf der Ausrüstung, wo Elementarschaden oben ist, rollen wir Feuer drauf und dann können wir hier direkt loslegen. Dann haben wir Verhexen mit Pechvogel, wir haben Seelenernte mit Sichtum, den Geistwandler hier in dem Sinne mit Ehrengast. Ihr könnt dann diverse Runen durchprobieren, aber wir haben sie immer gerne, wenn ein bisschen Mana dabei ist und deswegen würde ich es euch ans Herz legen, mit den Skills zu spielen, die auch ein bisschen Mana geben. Das ganz gleiche gilt halt auch für die Damage Skills, also wir haben noch Heuschreckenplage mit der Insektenwolke dabei. Auch hier wäre vielleicht eine andere Rune attraktiv, aber im Endeffekt basierend auf der Offhand, welche ja dafür sorgt, dass sich die Seuche von allein weiter verbreitet, ist das sicherlich die beste Wahl. Und dann haben wir hier noch Heimsuchung mit Großzügiger Geist, eben für mehr Mana. Man könnte hier vielleicht auch mehr Damage nehmen, aber es wird euch dann einfach irgendwann das Mana ausgehen. Deswegen müsst ihr darauf gucken. Warum nehmen wir die zwei Skills? Wir nutzen den Ring der Leere, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Deswegen, der funktioniert erst oder die 300% von dem Ring kriegen wir erst dann, wenn die Gegner gediebuffed sind. Das bedeutet also, wenn beide Krankheiten auf den Gegnern dicken, erst dann kommt der Schaden hier dazu. Bei den passiven Talenten Schleichender Tod, Ritual, das Vertrauen, Gefäß für den Geist und das eine Leid. Hier kann man auch ein bisschen was anbessern, beziehungsweise ändern, und zwar das grausige Lab-Saal. Wenn eure Supporter, weil es ist ja ein Gruppenbild, wenn eure Supporter Heilkugeln und so weiter herstellen können, zum Beispiel der Barbar und sie das auch wirklich drinnen haben, auch von den Items, dann nutzen wir natürlich das Talent, weil wir wesentlich mehr Intelligenz haben und deswegen auch wesentlich mehr Schaden machen. Hier ist eine kurze Absprache mit den Supportern auf jeden Fall von Vorteil. Von den anderen Items her haben wir mal hier den Würfel, also im Würfel den Stab, der natürlich den Schaden erhöht. Wir haben den Mantel, das Kanalisieren, das sind die Schultern, wenn wir hier Schaden machen, dass wir auch ein bisschen Zähigkeit haben und natürlich den Ring der Leere. Als Set haben wir hier das Jurs Set an, ist natürlich das Jurs, sondern das Arachür. Ich bin hier schon von den Sets immer ein bisschen verwirrt, also das Arachür, denn hier brauchen wir vor allem den 6er Bonus. Der 6er Bonus mit den 4.500% mehr Schaden, der sorgt dann dafür, dass die Gegner, vor allem die Trashmobs, einfach dahin schmelzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir nutzen Schwur des Abenteurers, ihr seht schon, legendärer Edelstein ist der Taeguk, weil die Fledermäuse kanalisieren, haben wir oder beziehungsweise stackt hier auch der Taeguk hoch. Wir haben den Schmerzverstärker, wenn ihr euch jetzt fragt, wieso nehmen wir die eigentlich mit? Ganz einfach, wenn ganz viele Gegner zusammenstehen und das Ganze krittet, haben wir mehr Tag Speed. Je mehr Tag Speed wir haben, umso schneller oder beziehungsweise umso mehr Schaden machen natürlich auch die Fledermäuse. Und dann noch Zusammenkunft der Elemente, weil wir ja in der Gruppe spielen und weil es dann nochmal erheblich mehr Schaden macht. Euch ist hier schon aufgefallen, einer der wichtigsten Stats hier, neben den Fledermaus-Schaden selbst, was wir ja auf diverse Items rollen können, wie eben Offhand, Kopf und Schuhe, haben wir überall, wo es nur möglich ist, Flächenschaden oben. Oder beziehungsweise wir sollten es oben haben, also ihr braucht einen höchsten, möglichst hohen Flächenschaden, damit das vor allem im Gruppenspiel gut vorangeht. Und dann seht ihr noch was, wir haben noch den alten Gürtel zur Erinnerung, den Gürtel gibt es auch noch in neu, aber da hatten wir noch kein Glück. Also das ist ein bisschen so ein kleiner Nachteil bei der Skillung, der Gürtel zählt zu den seltensten Items und das wird garantiert ein bisschen dauern, bis Kanaler den rausrückt oder bis er den gedroppt bekommt oder über Kanaiswürfel vielleicht mit Umwandeln, Aufwerten von anderen Gürteln besser gesagt, dass er den bekommt. Also das Ganze kann auf jeden Fall mal ein bisschen dauern, da müsst ihr Durchhaltevermögen beweisen. Wir schauen uns das Ganze kurz im Gameplay an, wie denn das so aussieht. Also es funktioniert immer mit dem Monk, also der Monk ist euer Best Buddy, ihr steht nämlich immer zusammen in den Wurfs, das heißt also wo der Monk steht, da steht ihr auch mit dem Hexendoktor, denn ihr müsst immer in dieser Fläche, in der Einkehr vom Monk stehen, 50% weniger Schaden, das ist ganz ganz wichtig, denn ansonsten überlebt ihr in den hohen Wurfs nicht. Des Weiteren ist der Spielverlauf dann ganz einfach, der Monk zieht ran, also der Barbar bringt die Mobs in die Reichweite des Monks, der Monk zieht das Ganze zusammen und sobald alles positioniert ist, sobald hier ein riesiger Mobhaufen irgendwo steht, verteilt ihr eure Krankheiten, also zuerst eben die Insektenwolke und so weiter, dann die Heimsuchung und dann, wenn die Krankheiten überall oben sind, erst dann dreht ihr los, erst dann zündet ihr die Fledermäuse, um die 300% Schaden vom Ring eben mitzunehmen und mäht den ganzen Trash weg. Also generell, wenn ihr das in der Meta spielt, das ist ja so eine Meta-Skillung, seid ihr dafür verantwortlich, den Trash wegzumähen. Wenn der Elite am Ende übrig bleiben, macht das dann entweder der Negro oder der Dämonenjäger oder was ihr halt sonst noch dabei habt, besonders so gegen einzelne Elite, also wenn viele Gegner da sind, ist der Hexer richtig stark, bei einzelne Elite, da könnt ihr dann nichts mehr entgegen machen, beziehungsweise würde es viel zu lange dauern. Auch am Ende, den Wolf Guardians und den 120er Wolf Boss, da macht ihr keinen Schaden mit dem Hexendoktor, das ist auch nicht eure Aufgabe. Euch vielleicht noch aufgefallen, wir haben hier noch ein paar ganz komische Skills drin, das liegt daran, im Hintergrund wird es jetzt mit dem Höllenzahn-Set gespielt, das ist aber unerheblich, denn in der Testphase war das Höllenzahn-Set ein bisschen stärker, als das Arachyr, wurde aber zurückgepatcht, also ihr spielt das dann in der Meta mit dem Arachyr-Set, wie es eingehend beschrieben wurde. Ja Freunde, das war es jetzt schon mal mehr oder weniger mit dem ganzen Zauber, auch für die hohen Rifts. Wie gesagt, Flächenschaden sehr, sehr wichtig, eine relativ gut gerollte Rüstung und in der Gruppe ein bisschen Absprache, jeder erfüllt seine Aufgabe und ganz wichtig, das wird ein bisschen dauern, steht wirklich immer bei Monk, steht in der Einkehr, denn ansonsten sieht es dann in den Rifts so bei 100 plus richtig, richtig schlecht für euch aus. Und das nächste, wenn ihr schon seht hier, vergisst die Rotation nicht, also zuerst alle Krankheiten rauf, dass die schön gediebuffed sind, ruhig alles rankommen lassen, der Flächenschaden tickt dann mehr, je mehr Gegner rumstehen und dann dreht ihr mal so richtig auf und mäht aus den härtesten Trash in kurzer Zeit nieder. Also für den, wie ihr die Skillung mal ausprobieren möchtet oder in der Gruppe oben mitspielen möchtet, ihr müsst das momentan so spielen. Auf der linken Seite gibt es die Playlist, da sind auch noch andere Skillungen drinnen für den Hexendoktor. Schaut euch vor allem mal die Jade-Bilder an, der gefällt mir persönlich sehr gut und wenn es jetzt noch irgendwelche Fragen gibt, ab damit in den Kommentaren und sonst wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.